Hi, wir sind das Jugendteam der SWR Dichsagen und was uns bei der Jugendarbeit antreibt sind die Kinder und Jugendlichen selbst. Und deshalb haben wir sie einfach mal gefragt, was ihnen beim Sport und unserem Verein am besten gefällt. Oh, Team Geist! Ja, 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 Team Geist! H S H A G E N S S Let's go a 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 Untertitelung des ZDF, 2020